Seit die Uhr MV Dot vom Bieler Pierre Junot im Katalog des Museums of Modern Art New York hat er neben seinem Schaufenster zu Biel auch Bekanntheit in Tokio, New York und online gewonnen. Es sind Uhren, die mit farbigen Ringen verkauft werden. Und diese Ringen können ausgetauscht werden. Der Wechsel ist so einfach, wie wenn es der Dach auf einer Wasserflasche wäre. Abschrauben, andere Farben wählen, draufschrauben. Es hat insgesamt 17 Farben. Es macht sehr Freude. Ich weiss, dass es einige Schweizer Uhrenmarken gibt, die auch gerne im MoMA zur Verfügung wären. Es hat einen schönen Laden mit sehr exklusiven und originalen Objekten. Die Marke Pierre Junot versucht, zeitlose und schlichte Zeitmesser zu produzieren. Das Modell MV Dot ist vor fast 30 Jahren entstanden und trägt Initialen von ihrem Designer Massimo Vignelli einem verstorbenen italienisch-amerikanischen Designer. Er hat für uns acht oder neun verschiedene Uhrenmodelle entworfen. Alle sehr rein, minimalistisch und einfach. Ein von den Leitmotiven von Vignelli war, wenn es richtig zu zeichnen ist, dann bleibt es für immer. Und das ist etwas, was mit dieser Uhr gerade passiert. Es ist eigentlich schade, ist Vignelli nicht mehr am Leben, um das alles zu sehen. Ein Einkäufer vom New Yorker Museum hat die Uhr von Massimo Vignelli in einer Zeitschrift entdeckt. Das Museum of Modern Art hat daraufhin mehrere hundert Stück davon bestellt. Ihr werdet aber nicht reich, wenn ihr im MoMA verkauft. Nein, nein, man wird nicht reich. In unserer Preiskategorie von 400 bis 1'000 Franken darf man nicht vergessen, dass der Einkaufspreis etwa dreimal tiefer ist. Es sind also keine grossen Vermögen. Das kleine Unternehmen von Pierre Junot lebt hauptsächlich vom Export. Rund 30 Länder werden beliefert. Der pensionierte Pierre Junot hat das Geschäft in der Bieler Altstadt vor allem aus Spass eröffnet. Seine erste eigene Laden als Krönig einer langen Karriere.